hallo liebe freunde des guten geschmacks ihr wollt wissen wie wir unsere wurst machen könnt ihr sehen nächste woche samstag den 27 vierten auf dem gewerbefest hier in sulzbach gewerbe hauptnah machen wir im frankfurter hof im schultheißensaal eine gläserne wurstküche dort in der gläsernen wurstküche machen wir um 11 uhr 30 live weißwurst wir machen um 14 uhr 30 live fleischkäse und wir machen um 16 uhr 30 eine zerlegung mit anschließend der fein zerlegung eines halben schweins was wir portionieren und anschließend eine amerikanische auktion versteigern werden dieses was wir an fleischkäse und an weißwurst machen wird draußen im hof von dem lions club sulzbach verkauft der reiner löst dieses umsatzes den wir dort fahren wird der schwallberger tafel gespendet ich würde mich unheimlich freuen wenn ihr euch blicken lasst ja wir haben noch viele verschiedene überraschungen hier in sulzbach anzubieten es werden verschiedene handwerker sich auch dort im schultheißensaal zeigen genauso wie hier auf dem hauptstraße von großen dalles quasi bis zur apotheke wird ein rundes treiben sein mit gewerbetreibenden mit essen und trinken und allem was die kleinen kinder wollen wir haben im frankfurter hofen hüpfburg aufgebaut und 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 wir freuen uns wenn ihr uns zur gläsernen wurstküche einfach ein bisschen was beisteuert bis dann